Sie braucht die ganze Straßenbreite. Bei knapp 180 werden Alkohol und hohe Geschwindigkeit zu einer tödlichen Kombination. Der Wagen schleudert von einer Seite zur anderen. Die Fahrerin verliert die Kontrolle. Sie kommt wieder auf den Seitenstreifen. Dann schießt sie von der Straße und kracht in einen Zaun. Der Wagen überschlägt sich mehrmals. Totalschaden. Wir brauchen einen Krankenwagen. Officer Loften läuft zum Wagen. Die Frau ist bewusstlos. Neben mir auf dem Boden liegt eine Flasche Gin. Solange bei so einem Unfall niemand verletzt wird, gilt das nicht als Verbrechen. Aber tatsächlich bringt Trunkenheit am Steuer mehr Menschen um als alle anderen Morde zusammengenommen. Die Frau hatte 2,4 Promille. Sie sitzt jetzt eine fünfjährige Gefängnisstrafe ab, weil sie das 19. Mal erwischt worden ist. Die Jagd mit einem Supersportwagen. Gleich nach der Werbung. Wenn mal was passiert, dann möchte ich Sicherheit haben. Einfach Schutz. Aber warum versichert die Hook Coburg so fair und günstig? Ich gehe einfach noch mal hin und frage. Hook Coburg. Da bin ich mir sicher. Weißer Mann! Bring uns den Western Mac! Mit Beef! Western Dose! Röst Zwiebel! Hol ihn dir doch selber den Western Mac! Bei McDonalds 3,95! Unverbindliche Preisempfehlung! Blöder Hund! Der Western Mac! Jetzt bei McDonalds! Der Subaru Forester mit Allrad. Jetzt für nur 2,9% effektiven Jahreszins zu finanzieren. Es gibt immer einen Weg. 24 Stunden Schutz und sofort frische Wirkung zusammen. Bug Double Action. Wirkt sofort frisch. Und sicher für 24 lange Stunden. Zweifache Wirkung. Starbe Leistung. Bug Double Action. Da kommt wieder Giotto. Die Gebäckspezialität nach original italienischem Rezept. Hey! Ciao Giotto! Giotto. 10 Mini-Gebäckkugeln in der Stange. So knusprig klein und typisch italienisch. Hey! Ciao Giotto! Schmecken so leicht und lecker, dass sie manche sogar ein bisschen zu klein finden. Tja, kleiner sollten sie wirklich nicht sein. Giotto. Die italienische Art Gebäck. Nur Bug hat den Leistungskern und die sofort frische. Der Deo Stick. Bug Double Action. Zweifache Wirkung. Starke Leistung. Bug Double Action. Jetzt neu. Wäre es nicht traumhaft, wenn Ihre Wäsche jeden Tag beinahe so aussehen würde, wie neu gekauft? Nehmen Sie das neue, verbesserte Lenoir. Lenoir Care. Sein einzigartiges Faserschutzsystem hilft die Wäsche vor dem Verblassen zu schützen. So sieht Lenoir Care gepflegte Wäsche immer so aus, wie man sich darin fühlt. Unglaublich gut. Was schön ist, soll auch schön bleiben. Das neue Lenoir Care. Ich hab da einen Kollegen. Mit dem verbringe ich ab und zu die Mittagspause. Wir gehen dann joggen. Und dann esse ich auch ganz bewusst nur eine Kleinigkeit. Milchschnitte. Die kleine Milchmahlzeit. Mit viel frischer Milch, vielen anderen wertvollen Zutaten und gerade mal 117 Kalorien. Und dafür reicht die ganz schön lange. Zumindest mir. Milchschnitte. Schmeckt leicht und reicht. Der Subaru Forester mit Allrad. Jetzt für nur 2,9% effektiven Jahreszins zu finanzieren. Es gibt immer einen Weg. Bounty. Traumhaft exotisch. Der ruhige Krieg. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn es so gut aussieht, war es wahrscheinlich Ariel. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brüten gerade über eine Alternative, was ganz Spritziges. Bis morgen! Heute ein König. König Pilsner. Das König der Biere. Die beste Kampfsport-Simulation aller Zeiten. Tekken 3. Ab 11.9. im Handel. Please visit him. RTL. Boah, meine Güte. Echt super. Er ist zurück. Schneller. Härter. Und kompromissloser als zuvor. Wer sich ihm in den Weg stellt, wer das Gesetz bricht, hat nichts zu lachen. Ein Mann auf der richtigen Seite. Durchschlagend. Mutig. Leidenschaftlich. Der Countdown 9. Sven Martinek ist der Clown. Ab Dienstag, 20.15 Uhr. Die neuen Folgen bei RTL. Thames in England. Die friedliche Ruhe wird durch Sirenengeheul gestört. Wir wissen nur, dass dieser Wagen ins Winton gestohlen wurde und jetzt etwa 40 Kilometer von London entfernt ist. Dieser 150.000 Mark teure Sportwagen rast durch die Kurven auf eine Katastrophe zu. Der Mann hat Nervenausstahl. Er fährt wie ein Rennfahrer. Er bramst kaum ab. Autodiebstahl ist in England ein schweres Verbrechen. Und dieser Mann weiß, dass einige Jahre seines Lebens jetzt von seinen Fahrkünsten abhängen. Im Moment ist die Metropolitan Police weit hinter ihm und fällt zurück. Sehen Sie sich das an. Er kommt nur knapp an diesen Autos vorbei. Aber dann dreht er durch. Er überholt jetzt diesen Wagen. Aber da ist ein LKW. Oh mein Gott! Der Fahrer des Trucks hält an. Im Inneren des Wagens bewegt sich nichts. Man fragt sich, wie jemand bei dieser Geschwindigkeit so einen Zusammenstoß überleben kann. Er ist ein,入nes dem Wagen. Gerücht, das ist ein,入nesen. Er ist ein,入nesen. Er ist ein,入nesen.